Der Fall der Easterlfrau, der sich 1970 in Norwegen zugetragen hat, füllt mittlerweile ganze Podcasts, Bücher und Dokumentationen. Nicht selten finden Ermittler verstorbene Personen auf, die auch nach mühevollen Ermittlungsarbeiten leider nicht mehr identifiziert werden können. Das gleiche gilt auch für die Frau, über die wir heute sprechen. Doch in diesem Fall ist es anders. Die Easterlfrau hat Namen. Doch es sind mehrere. Finella Lork, Elisabeth Lehnhover, Claudia Nielsen, Claudia Thiel, Vera Jale, Vera Schlosseneck und noch viele mehr. Doch keine dieser Personen gibt es wirklich. Und so bleibt das Rätsel um den Tod und die Identität der jungen Frau aus dem Easterl auch 50 Jahre nach ihrem Auffinden, eines der größten der skandinavischen Kriminalgeschichte. In diesem Video gehen wir der alles entscheidenden Frage auf den Grund. Wer war die Easterlfrau? Und warum musste sie sterben? Die Geschichte der Easterlfrau nimmt am Morgen des 29. November 1970 ihren Lauf. Es ist nahe der Stadt Bergen, an der Südwestküste Norwegens klirrend kalt. Durchschnittlich zeigen die Thermometer in den Wintermonaten dort Werte knapp über dem Gefrierpunkt an. Bergen ist die zweitgrößte Stadt Norwegens und von wunderschöner Natur umgeben. Diese möchten am besagten Novembertag auch drei Wanderer genießen. Ein Hochschullehrer und seine zwölf- und zehnjährigen Töchter brechen zu einer Wanderung auf. Doch als sie in der Nähe des Berges Ulriken im Easterl, zu Deutsch Eistal, ankommen, macht die zwölfjährige Tochter des Lehrers eine schockierende Entdeckung. Auf einem Hang liegt inmitten von Geröll die halbverbrannte Leiche einer Frau. Um sie herum liegen verschiedenste, scheinbar willkürliche Gegenstände. Die Frau liegt in einer für Verbrennungsopfer üblichen Boxerpose, mit den Armen vor ihrem Oberkörper gestreckt da. Es ist auffällig, dass nur die Vorder, nicht aber die Rückseite ihres Körpers verbrannt ist. So lässt sich noch erkennen, dass die etwa 1,74 Meter große Frau braune Haare hatte, die zu einem Pferdeschwanz gebunden war. Nur ein kleiner Knoten, der durch eine blaue Haarschleife zusammengehalten wird, ist noch zu sehen. Neben ihrem linken Bein liegen die Reste einer verbrannten Tasche oder Tüte aus Plastik. Zu ihrer rechten Seite befinden sich Überreste eines Wollpullovers. Der Geruch von verbranntem Fleisch liegt in der Luft. Der Lehrer und seine beiden jungen Töchter kehren umgehend zur Stadt zurück, um Rettungskräfte zu alarmieren. Zwischen 9 und 10 Uhr morgens geht der Notruf bei der Polizei Bergen ein. Die eintreffenden Ermittler sichern die schwer zugängliche Umgebung, die eigentlich nur Menschen aus dem Ort selbst bekannt sein dürfte. Zunächst vermuten die Beamten, die Frau habe während einer Wanderung ein Lagerfeuer gemacht und sei hineingefallen. Doch nirgendwo in der Nähe der Brandlöchte lassen sich Überreste eines Lagerfeuers finden. Die Armbanduhr der Toten ist um 10.10 Uhr eingefroren. Zumindest über ihre Kleidung wird man die Identität der Frau nicht mehr klären können, denn sämtliche Etiketten sind fein säuberlich entfernt worden. Auch auf anderen Gegenständen, die am Tatort gefunden werden, finden sich keine Schilder oder Labels mehr, die die Herkunft der Gegenstände näher erklären und damit eine Spur zur Identität der Frau liefern könnten. Die Polizisten nehmen natürlich auch die angesprochenen Gegenstände unter die Lupe, die sich nahe der Leiche befinden. Es werden neben dem Rest ihrer Kleidung auch eine Likörflasche, zwei Plastikflaschen, ein kaputter Regenschirm, ein Ring und ein paar Ohrclips, eine verbrannte Plastiktüte, ein paar Gummistiefel sowie eine verbrannte Passhülle bei ihr gefunden. Etwas weiter weg liegt eine angebrochene Flasche des alkoholischen Getränks Klosterlikör. Bei den Beinen der Toten liegen auf einem weiteren Stein zwei weiße Plastikwasserflaschen mit Karabinerhaken. Eine ist beinahe leer, die andere ist voll. Außerdem liegt daneben ein angesenkter Plastikbecher mit den Resten eines Plastiklöffels. Ebenfalls in Beinnähe der Leiche liegt ein grüner Wollschal. Die stehen gebliebene Armbanduhr, die gefunden wurde, ist ein nahezu unbenutztes Modell der Marke Solo. Bei der Uhr wird auch das Paar Ohrclips gefunden. Beide Clips haben einen türkisen Glasstein aufgesetzt. Des Weiteren wird ein Ring mit einem ovalen, hellen Stein gefunden. Unter dem verbrannten Körper liegt ein Fellhut, in dem später ein winziger Tropfen Benzin gefunden wird. Auch werden Reste von verbranntem Brot oder Crackern, sowie verkohlte Reste einer Streichholzbox bei der unbekannten Leiche gefunden. Also sehr viele Dinge und auch viele Informationen für den Einstieg in das Video. Aber sie sind wichtig zu nennen, egal wie ermüdend es vielleicht wird, denn anders kann man die Geschichte der Isdal-Frau nicht erzählen. Ihren Namen bekommt sie von der Polizei. Sie benennt die Frauenleiche nach ihrem Auffindeort. Bei Anwohnern ist das Isdal auch als das Todestal bekannt. Denn in den vergangenen Jahrhunderten sollen hier zahlreiche Menschen Suizid begangen haben oder aufgrund dichten Nebels, während Wanderungen verstorben seien. Doch was ist der verbrannten Isdal-Frau zugestoßen? Bevor wir diese Frage beantworten können, müssen wir erst einmal auf die Ermittlungen eingehen. Denn ohne diese können wir die Frage nicht beantworten. Noch am Tag des Auffindens der Isdal-Frau bietet die Osloer Landeszentrale der norwegischen Kriminalpolizei der Dienststelle in Bergen ihre Hilfe an. Zunächst legen die Bergener Beamten noch ab. Doch schon einen Tag später, am 30. November 1970, kommen sie doch auf das Angebot zurück. Neben der Bergener und Osloer Polizei werden auch Ermittler aus ganz Europa eingeschaltet, um einen Hinweis auf die Identität der mysteriösen Toten aus dem Isdal zu bekommen. Drei Tage nach dem Fund der Isdal-Frau tauchen im Hauptbahnhof von Bergen zwei große Koffer im Gepäckzentrum auf. Eine junge Frau hatte sie dort abgegeben, nachdem sie das Hotel Horderheim in Bergen am 23. November verlassen hatte und mit einem Taxi zum Bahnhof Bergen gefahren wurde. Seitdem wurden die beiden Gepäckstücke dort nicht abgeholt. Auf einer Sonnenbrille, die sich in einem der beiden Koffer befindet, können die Beamten einen Fingerabdruck sicherstellen. Und zu ihrer Überraschung passt der Fingerabdruck tatsächlich zur Leiche aus dem Isdal. Dementsprechend handelt es sich bei den beiden Koffern aus dem Bahnhof in Bergen zweifelsohne um das Eigentum der Isdal-Frau. Und so gibt es endlich eine Spur zur Unbekannten. Neben der Sonnenbrille finden sich noch weitere Brillen, jedoch ohne Sehstärke. Alle Fassungen beinhalten Fensterglas. Außerdem befinden sich Perücken in den rätselhaften Gepäckstücken, Kosmetika und eine Salbe gegen Exzeme, ebenso wie ein Notizblock. Auch befindet sich in den Koffern Geld in norwegischer und deutscher Währung, sowie einige Münzen aus Belgien, der Schweiz und Großbritannien. Doch es wird noch viel merkwürdiger. Auch von den Kleidungsstücken, die sich in den Koffern befinden, wurden sämtliche Etiketten herausgeschnitten. Selbst aus einem Kamm und einer Bürste sind die Markennamen herausgekratzt. Man findet in den Koffern einen Beutel Ton, wie man ihn zum Töpfern benutzt. Italienische Schuhe, einen Kompass, eine Streichholzschachtel von Beate Use, ein Nähset aus einem Hotel in Genf. Scheinbar lauter Gegenstände, die nicht zusammenpassen und eigentlich unterschiedlichen Personen gehören sollten. Auf einer skandinavischen Wanderkarte wurden fünf Stationen der Bergener Bahnlinie aufgeschrieben. Eventuell eine angedachte Reiseroute, die jedoch nie angetreten wird. Eine vollständige Liste des Kofferinhalts würde den Rahmen sprengen. Ich habe sie euch aber in der Infobox verlinkt, damit ihr euch das komplette Inventar ansehen könnt. Nach den Funden bitten die Beamten Kaufhäuser aus ganz Europa darum, sich die Verpackung der Kosmetik anzusehen. Doch nirgendwo findet sich jemand, der die Produkte wiedererkennt. Die einzige vielversprechende Spur im Gepäck der Easterfrau ist ein Stoffbeutel mit dem Aufdruck Oskar Röthwitz, Skottof Worendning. Entschuldigt bitte meine schlechte Aussprache. Das ist der Name eines kleinen Geschäfts in der norwegischen Stadt Stavangel, etwa 200 Kilometer von Bergen entfernt. Polizeibeamte machen sich umgehend auf den Weg zu dem kleinen Laden und treffen dort den Sohn des Besitzers an. Tatsächlich kann er sich noch gut daran erinnern, dass etwa drei Wochen zuvor eine junge, ausländische Frau im Geschäft gewesen sei und dort ein paar blauer Gummistiefel gekauft habe. Der Sohn kann sich sogar noch an das genaue Modell erinnern, da dieses zur damaligen Zeit sehr gefragt war. Tatsächlich stimmt das gekaufte Modell auch mit den Gummistiefeln überein, die am Leichenfundort gelegen haben. Das bedeutet, die Frau, die in Stavangel die Gummistiefel kaufte, war die Easterfrau. Röhrtwert sowie weitere Mitarbeiter können die Kundin noch gut beschreiben. Sie sei mittelgroß gewesen und habe langes, dunkles Haar sowie dunkelbraune Augen, ein rundes Gesicht und eine schlanke, aber kurvige Figur gehabt. Sie habe sich mit den Angestellten nicht auf Norwegisch, sondern auf Englisch unterhalten, wobei ihre Sprachkenntnisse nicht sehr gut gewesen seien. Dennoch habe sie sich ausführlich beraten lassen und sich mit ihrer Kaufentscheidung Zeit gelassen. Sie sei sogar erst einen Tag später zurückgekehrt, um die Gummistiefel zu kaufen. Während ihres Aufenthaltes im Schuhgeschäft soll die Frau auch kurz etwas auf Deutsch und Französisch gesagt haben. Doch niemand der dort Anwesenden sprach eine der beiden Sprachen gut genug, um sie zu verstehen. Außerdem bestätigten mehrere der Zeugen, die Frau habe merkwürdig gerochen. Damals konnte Röhrtwert den Geruch aber noch nicht zuordnen. Jahre später glaubt er, dass es sich dabei um Knoblauch gehandelt haben muss, der in der skandinavischen Küche zur damaligen Zeit noch nicht verbreitet gewesen war. Deswegen hat er ihn nicht direkt erkannt und erst Jahre später. Basierend auf den Beschreibungen der Zeugen aus dem Schuhgeschäft hört die Polizei sich in den Hotels von Stavange um. Und tatsächlich kann sich jemand aus dem Hotel St. Svitom an sie erinnern. Die Beschreibungen des Hotelpersonals decken sich mit denen aus dem Schuhgeschäft. Eine Reinigungskraft will die Unbekannte sogar mit den dort gekauften Gummistiefeln gesehen haben. Sie habe unter dem Namen Finella Lorg eingecheckt und erzählt, sie käme aus Belgien. Die Easterfrau hat nun also einen Namen. Doch als die Polizei weitere Hotelregister überprüft, um nachvollziehen zu können, wie Finella Lorg aus Belgien über Stavange nach Bergen gekommen ist, findet sie rein gar nichts. Nirgendwo taucht der Name Finella Lorg auf. Eigentlich ist jeder Reisende 1970 in Norwegen verpflichtet, in seinem Hotel Angaben zu seiner Person zu hinterlassen, sofern er aus dem Ausland kommt. Dazu gehören neben dem vollen Namen und der Adresse auch eine Passnummer sowie eine Unterschrift. Zwar bringt der Name Finella Lorg die Ermittler erst einmal nicht weiter, doch hat man durch die Unterschrift immerhin Schriftproben. Die Polizei vergleicht daraufhin ihre Schrift in einem aufwändigen Verfahren mit den anderer alleinreisender Frauen in den vorangegangenen Wochen und Monaten. Und tatsächlich gibt es sieben Übereinstimmungen. Und damit insgesamt acht unterschiedliche Identitäten und Pässe. Die Easterl-Frau war zwar in verschiedenen Städten Norwegens unterwegs, hat aber in jeder Stadt unter einem anderen Namen eingecheckt. Folgenden Namen hat sie dabei benutzt. Finella Lorg, Claudia Thielt, Claudia Nielsen, Elisabeth Lenhuver, Geneve Lanciere, Alexia Xana-Metches sowie Vera Yala. Unter dem Namen Vera Schlosseneck soll dieselbe Frau auch in mehreren Hotels der französischen Hauptstadt Paris gelebt haben. In fast allen Fällen hat die Easterl-Frau dabei die belgische Staatsgehörigkeit angegeben. Als Geburtsorte wahlweise Brüssel, Louvre, Ostend oder Antwerpen. Aber auch Genf und Ljubljana. Besonders interessant ist bei den Hoteldokumenten ein weiteres Feld, das ausgefüllt werden muss. Das Feld Beruf. Mal füllt die Frau dieses Feld auf Französisch aus. Mal auf Deutsch. Darauf werde ich gleich aber noch einmal zurückkommen. Eins haben alle Identitäten gemeinsam. Keine davon ist echt. Die Polizei stellt schon bald fest, dass es sich bei all diesen Personenangaben um Fälschungen handelt. Wir wissen nun also, dass die Easterl-Frau mit mehreren Identitäten durch Norwegen reiste und sich zuvor auch in Paris aufgehalten hat. Dazu hatte sie nicht nur mehrere Perücken, sondern auch Brillen mit Fensterglas im Gepäck und sämtliche Merkmale wie Etiketten oder Aufdrucke an ihrer Kleidung und Kosmetikartikeln entfernt. Schon bald häufen sich in der Tagespresse die Spekulationen, die Easterl-Frau könnte eine Agentin oder Spionin aus dem Ausland sein. Was auf den ersten Blick etwas merkwürdig und verschwörerisch wirken mag, würde durchaus Sinn ergeben. Immerhin war die Frau kalkulierend genug, um mehrmals ihre Identität zu fälschen und hatte anscheinend genügend Mittel, um ihre aufwendigen Reisen zu finanzieren. Tatsächlich schaltet die Polizei gut eine Woche nach dem Leichenfund die Spionageabwehr des norwegischen Geheimdienstes ein. Dies wurde jedoch erst viele Jahre später öffentlich. Lange stritt die norwegische Polizei einer Involvierung des Geheimdienstes in die Ermittlungen ab. Parallel dazu nimmt die Polizei den Schreibblock, der in einem der beiden Koffer gefunden wurde, noch einmal genauer unter die Lupe. Nur eines der vielen Blätter darin ist beschrieben. Auf ihm steht eine Art Code. Und tatsächlich kann die Polizei ihn knacken. Der Code stellt ein genaues Bewegungsprofil der ISAL-Frau dar. Die Buchstaben und Zahlen sind Abkürzungen für Orte und Daten. Aus 030BN5 wird dann beispielsweise 30. Oktober bergen bis 5. November. 30. Oktober bergen 5. November. Diese Angaben decken sich auch ungefähr mit den Daten aus den Hotelregistern, womit die These der verschiedenen gefälschten Identitäten endgültig belegt ist. Aus den Dokumenten geht hervor, dass die ISAL-Frau schon im Frühjahr 1970 in Norwegen war und dann im Herbst zurückkehrte. Insgesamt war ihre Reiseroute wie folgt. Vom 21. bis zum 24. März 1970 blieb sie in Oslo. Dort gibt sie sich als Geneviève Lancière aus und füllt ihre Hoteldokumente auf Französisch aus. Ihr Beruf sei Sekretär, also Sekretärin. Von dort aus reiste sie nach Bergen, wo sie vom 24. bis zum 25. März blieb und innerhalb des Ortes bis zum 1. April 1970 das Hotel wechselte. Anders als sonst behielt sie trotz des Hotelwechsels ihren Namen, solange sie in Bergen blieb. Als Claudia Thielt füllt sie ihr Hoteldokument auf Deutsch aus. Dabei ist besonders auffällig, dass sie als Beruf Antiquitätenhändlerin angibt und dieses Wort fehlerfrei schreibt. Für eine Person mit eher weniger guten Deutschkenntnissen wäre das Wort wohl schwierig korrekt zu schreiben. Daraus kann man eigentlich Schlussfolger, dass ihre Deutschkenntnisse mehr als gut waren. Außerdem gibt sie als ausstellende Passbehörde Brüssel-Kreisleitung an. Sofern unsere Recherchen korrekt waren, wird der Begriff Kreisleitung vor allem in NS-Deutschland und in der DDR benutzt. Im Duden ist das Wort als Leitung einer bestimmten Organisationseinheit der SED definiert. Das könnte dafür sprechen, dass die Easterlfrau Verbindungen oder Wurzeln in der DDR hat. Weshalb sonst sollte sie solch ein spezifisches Wort verwenden, anstelle von Brüsseler Behörden oder Brüsseler Amt. Als Anschrift gibt sie eine Adresse in der belgischen Stadt Brüssel ein. Nach dem Aufenthalt in Bergen ist ihr Aufenthaltsort bis in den Herbst unbekannt. Im Herbst 1970 kehrt sie dann laut ihren eigenen Angaben aus London, in Wahrheit aber aus Paris, nach Norwegen zurück und checkt vom 29. bis zum 30. Oktober, also einen Monat vor ihrem Tod, in Stavanger ein. Dabei benutzt sie den Namen Claudia Nielsen und trägt als Grund für ihren Aufenthalt Berufsverkehr ein. Hier macht sie einen Schreibfehler, es fehlt ein S. Doch auch Berufsverkehr als Anlass einer Reise ergibt wenig Sinn. Als Wohnort gibt sie eine weitere Adresse in der belgischen Stadt Lüttich an. Danach folgt er ein fünftägiger Aufenthalt in Bergen, wo sie als Alexia Xana Mertes eincheckt. Ihren Geburtsort gibt sie hier als Ljubljana an, füllt das Hoteldokument aber wieder auf Deutsche aus. Hier gibt sie ihren Beruf als Verziererin an, als ausstellende Passbehörde wie der Brüsseler Kreisleitung. Vom 6. bis zum 8. November 1970 blieb sie als Vera Jale in Trondheim. Von dort zog es sie vom 9. bis zum 18. November zurück nach Stavanger. Das ist der längste Aufenthalt der Easterlfrau, von dem wir wissen. Aus Stavanger ging es für sie vom 18. auf den 19. November für eine Nacht nach Bergen. Dort sagte ein Taxifahrer aus, er habe die junge Frau zum Hafen gefahren. Dort habe sie zu einem Boot gewollt. Vor Ort wechselt sie wie schon im Frühjahr erneut das Hotel und checkt dort als Elisabeth Lehnhofer ein. Ihren Wohnort gibt sie hier mit Philipp Stockstradt 44 in Brüssel an. Es gibt in Brüssel jedoch keine Straße mit diesem Namen. Dafür gibt es diese Adresse tatsächlich in der belgischen Stadt Brügge. Auffällig ist bei dieser Hotelkarte auch, dass die Easterlfrau zum ersten Mal versucht, ihre Schrift zu verstellen. Die anderen Hotelkarten hatte sie zwar auch unter falschem Namen, jedoch stets mit derselben Handschrift ausgefüllt. Ein direkter Vergleich zeigt ganz eindeutig, dass sich die Handschrift als Elisabeth Lehnhofer signifikant von den übrigen unterscheidet. Professionellen Gutachtern ist es dennoch gelungen, ihre gefälschte Schrift zu enttarnen. Hier bei ihrem letzten Aufenthalt verhält sich die Easterlfrau also eindeutig anders als bei ihren anderen Übernachtungen. Sie fälscht die Handschrift und gibt eine falsche Stadt bei ihrer Adresse an. Auf ihrer letzten Reise vor ihrem Tod ist sie demnach von Paris aus nach Stavange gereist. Von dort nach Bergen, dann nach Trondheim, bevor sie von Trondheim aus wieder nach Stavange und schließlich erneut nach Bergen reist. Wo sie letztmalig am 23. November auf dem Weg von ihrem Hotel zum Bahnhof gesehen und Ende November 1970 verbrannt aufgefunden wurde. Die Easterlfrau achtete sehr darauf, in keinem Hotel ein zweites Mal einzuchecken. Während ihrer Aufenthalte soll sie auch immer wieder darum gebeten haben, ihr Zimmer wechseln zu dürfen. Während eines Aufenthalts sogar ganze drei Male. Der Taxifahrer, der die Frau am 23. November 1970 von ihrem Hotel in Bergen geholt hatte, um sie zum Bahnhof zu fahren, wird nie gefunden. Zwar werden nur wenige Tage nach dem Kofferfund sämtliche Taxifahrer in der Gegend befragt. Doch niemand will die Strecke vom Hotel Horderheim zum Bahnhof gefahren sein. Ein Hotelmitarbeiter erinnert sich aber noch deutlich daran, das Taxi gerufen und auch die Koffer der Frau zum Wagen getragen zu haben. Erst Anfang der 90er, also 20 Jahre später, wird der Taxifahrer sich anonym bei einer Bergener Tageszeitung melden und angeben, die Frau wirklich zum Bahnhof gefahren zu haben. Die norwegische Polizei ermittelt damals längst nicht mehr nur Hand in Hand mit anderen europäischen Beamten, sondern auch in Nordafrika und dem Nahen Osten sowie über Interpol laufen Fahndungen. Doch nirgendwo auf der Welt wird jemand vermisst dessen Beschreibungen, auf die der Easterlfrau passt. In verschiedenen norwegischen Hotels wurde die Easterlfrau auch immer wieder von Angestellten oder anderen Gästen gesehen. Sie wird von allen als sehr ernste Person beschrieben und soll eine leise, aber nicht schüchtern wirkende Stimme gehabt haben. Eine Hotelangestellte erinnert sich daran, dass sie eine charakteristische Zahnlücke und einige goldene Zahnfüllung gehabt und gelispelt haben. Außerdem habe sie viel Make-up und hochwertige Kleidung sowie einen Fellhut getragen. Wir erinnern uns daran, dass auch an ihrem Auffindeort ein Fellhut gelegen hatte. Außerdem soll sie lange Zigaretten geraucht und ein intensives Parfum getragen haben, dessen Geruch als würzig beschrieben wird. Das könnte auch jener Duft sein, den der Schuhverkäufer im Nachhinein für Knoblauch gehalten hat. Die Easterlfrau soll bis zu ihrem ersten Aufenthalt in Bergen stets zwei Koffer dabei gehabt haben, einen hellen und einen dunklen, wie sie später auch am Bahnhof gefunden wurden. Doch unter anderem in Stavange soll sie nur noch einen Koffer dabei gehabt haben, statt des zweiten eine Tasche, die sie selbst getragen hatte. Als sie wieder in Bergen ist, wird sie jedoch in ihrem Hotel wieder mit zwei Koffern gesehen. Sie muss ihren zweiten Aufenthalt in Bergen also genau geplant und gewusst haben, dass sie nach Bergen zurückkehren würde, wenn wir annehmen, dass sie ihren zweiten Koffer während ihres Aufenthaltes in Stavange dort zwischengelagert hatte. Eine Hotelangestellte des Neptun-Hotels in Bergen, in dem die Easterlfrau kurz vor ihrem Tod wohnte, beschrieb sie als sehr selbstbewusst und unnahbar. Sie habe traurige Augen gehabt. Sie habe aber auch sehr souverän gewirkt und sei es offensichtlich gewohnt gewesen, allein zu reisen. Die selbe Angestellte sagt auch aus, sie habe die Frau eines Tages während des Abendessens neben einem Mann sitzend gesehen. Sie habe sich aber nicht mit ihm unterhalten. Der Mann habe ein beschriebenes Papier studiert, während sie ihm dabei zugesehen haben. Laut der Angestellten wirkt es so, als hätten die beiden sich auf formaler Basis getroffen. Die Angestellte gibt in einem späteren Interview an, der Polizei damals von ihren Beobachtungen erzählt zu haben. Doch die Sichtung der Easterlfrau mit diesem unbekannten Mann taucht nirgendwo in den Polizeiakten auf. Eine weitere Frau, die in einem Bergener Geschäft arbeitet, will die Easterlfrau ebenfalls in Begleitung eines Mannes gesehen haben. Ob es derselbe ist, mit dem sie auch im Hotel Neptun gesehen wurde, ist nicht bekannt. Auch diese Sichtung taucht in keinem Polizeibericht auf. Eine Sichtung der Frau mit einem Mann ist aber in den Akten vermerkt. Auch im Hotel Rosenkranz in Bergen, welches die Easterlfrau nur für eine Nacht bewohnte, soll eine Angestellte sie mit einem unbekannten Mann gesehen haben. Die Angestellte habe das Zimmer herrichten wollen und sei hineingegangen, als überraschend die Easterlfrau und ein Mann in einem grauen Anzug im Zimmer gesessen hätten. Beide hätten kein Wort gesprochen. Eine weitere Hotelangestellte sagt aus, dass die Easterlfrau ein Beistelltisch, der unter dem Fenster ihres Hotelzimmers platziert gewesen sein soll, in den kleinen Eingangsbereich des Zimmers gerückt habe. Das deckt sich mit der Aussage weiterer Hotelangestellte einer anderen Herberge, die die Frau aufgesucht hatte. Im Hotel Horderheim in Bergen soll sie immer, wenn sie in ihrem Hotelzimmer, Raum 406 im vierten Stock verweilte, den Sessel aus dem Hotelzimmer in den Flur geschoben haben. Wenn sie ihr Hotelzimmer dann tagsüber verließ, rückte sie den Sessel zurück in das Zimmer. Auch hätte sie stets das Bitte-nicht-stören-Schild ausgehängt. Außerdem wollen andere Hotelangestellte mehrmals gehört haben, wie die Easterlfrau Deutsch gesprochen habe. Auch soll sie Französisch und wie in dem Schuhgeschäft gebrochenes Englisch gesprochen haben. 2003 ging ein Norweger an die Öffentlichkeit, der aussagte, er habe die Easterlfrau in Begleitung von zwei Männern gesehen. Auf einer Wanderung sei ihm die Frau nahe der Hütte Brusthütten auf einem Pfad in Bergen aufgefallen. Sie sei für das kühle Wetter auffällig dünn gekleidet gewesen und habe den Wanderer direkt angesehen, so als hätte sie etwas zu ihm sagen wollen. Es ist aber nicht getan. Seinen Aussagen nach hätten die beiden südländisch aussehenden Männer sie verfolgt. Solche Augenzeugenberichte sind rückblickend natürlich schwierig einzuordnen. Interessant ist die mutmaßliche Sichtung der Frau mit den beiden unbekannten Männern trotzdem. Denn wenn der Mann wirklich die Easterlfrau gesehen hat, wären ihre beiden unbekannten Begleiter wichtige Zeugen oder vielleicht sogar Verdächtige. Einem Rahmen des BBC-Podcasts Death in Ice Valley. Erstmals öffentlich zugänglich gemachtes Polizeidokument zeigt, dass im Dezember 1970, also etwa einen Monat nach dem Fund der toten Easterlfrau, ein Fischer aus Tananga befragt wurde. Tananga liegt etwa zwölf Kilometer von Stavanga entfernt, wo die Easterlfrau einige Tage blieb und unter anderem ihre Gummistiefel kaufte. Er gibt an, die Easterlfrauen der Nähe des Hafens gesehen zu haben, als das norwegische Militär gerade dort in der Gegend den Penguin getestet habe. Beim Penguin handelt es sich um eine Antischiffrakete, die den 60er Jahren entwickelt worden war. Diese Rakete ist damals eine Innovation. Die Easterlfrau soll eben diese Raketentests mehrmals beobachtet haben. Außerdem zeigt ihre Reiseroute, dass sie sowohl in Bergen als auch in Stavanga war, als dort Militärübungen durchgeführt wurden. Es findet auch eine weitere Befragung mit dem Fischer statt, das es in dem angesprochenen Dokument vermerkt. Doch es gibt absolut keine Aufzeichnung dieser Befragung. Weder in den Akten der Bergener Polizei, noch in denen der norwegischen Geheimpolizei. Für den BBC-Podcast wird der Sohn des Fischers interviewt. Der Fischer ist mittlerweile schon verstorben. Sein Vater hatte damals auch mit ihm über seine Beobachtung im Hafen von Tananga gesprochen. So habe er erzählt, die Frau habe slawisch, vielleicht russisch oder rumänisch ausgesehen. Weiter habe er beobachtet, wie die Easterlfrau mit einem Offizier an einem im Hafen liegenden Kriegsschiff gesprochen haben soll. Deshalb sei ihm die gut gekleidete Frau auch aufgefallen. Das Gespräch soll mehrere Minuten gedauert haben und kam ihm daher verdächtig vor. Aus diesem Grund meldete er sich auch bei der Polizei, als er eine Phantomzeichnung der Easterlfrau in der Zeitung sieht. Er ist sich ganz sicher, in ihr die Frau vom Hafen wiedererkannt zu haben. Nur wenige Tage nach der Meldung der Sichtung der Easterlfrau kommt es für den Fischer und seine Familie zu einem merkwürdigen Zwischenfall. Die Eltern und die beiden Kinder machen sich auf den Weg in die Weihnachtsferien und warten am Bahnhof auf ihren Zug, als sie von zwei Polizisten angesprochen werden. Sie bitten den Fischer für einige Minuten zu einem Gespräch unter sechs Augen. Die Polizisten sollen ihm am Bahnhof ein Messer und eine kleine Schusswaffe gegeben haben, um sich und seine Familie zu beschützen. Vor wem oder was sei ihm nicht gesagt worden. Doch nur wenige Tage zuvor hatte er seine Aussagen zur Beobachtung der Easterlfrau gemacht. Es liegt also nahe, dass die Polizisten ihm die Waffen zur Selbstverteidigung genau deswegen gegeben haben. Wann immer man in solchen Fällen die Theorie der Spionage aufzeigt, klingt es wie schon gesagt ein wenig verschwörerisch und an den Haaren herbeigezogen. Doch wir erinnern uns auch an die verschiedenen Identitäten und Pässe, die Perücken und die Brillen, die die Easterlfrau auf ihren Reisen bei sich hatte. Dass sie sich außerdem noch Tests militärischer Waffen an verschiedenen Orten ansieht, ist mindestens auffällig. Nicht zuletzt unterhielt sich die Easterlfrau länger mit einem Offizier. Fragte sie ihn über die militärischen Tests aus? Oder kannten die beiden sich? Könnte er ja gar eine Art Komplize gewesen sein? Immer wieder werden in den tausenden Theorien, die sich um die Easterlfrau ranken, verschiedene Regime ins Spiel gebracht, für die sie tätig gewesen sein könnte. Sowohl die DDR als auch die Sowjetunion selbst oder Israel werden dabei als mögliche Auftraggeber benannt. Um die Geschehnisse nur sehr kurz historisch einzuordnen, da eine ausführliche Erklärung den Rahmen dieses Videos sprengen würde, Norwegen ist ein Gründungsmitglied der NATO. 1970 herrschte bereits seit Jahren der Kalte Krieg und Norwegen teilte sich eine Landesgrenze mit der Sowjetunion. Natürlich war es für die Sowjetunion von großem Interesse in Erfahrung zu bringen, über welche militärischen Ausstattungen die westlichen Staaten verfügen. Also auf dem Papier macht diese Theorie einer Spionage durch die Easterlfrau Sinn. Letztendlich sind das aber alles nur Spekulationen, die auf den vorliegenden Indizien basieren. Denn bis auf ihren kodierten Reiseplan hat die Easterlfrau keinerlei andere Dokumente hinterlassen. Auch die gefälschten Pässe, die sie für die Hotelcheck-ins benutzt haben muss, werden nie gefunden. Eine weitere Theorie bringt der ehemalige Polizeichef der Stadt Bergen ins Spiel. Asbjörn Brin zieht in Erwägung, die Easterlfrau könnte Teil einer international agierenden Checkbetrugsbande gewesen sein. Nur zwei Jahre nach ihrem Tod wurden in Bergen, also ihrem letzten Aufenthaltsort, zwei Mitglieder dieser Bande festgenommen. Bei ihren Straftaten sollen sie im Ausland gehandelt haben, ähnlich dem Reisemuster der Easterlfrau. Eine stichhaltige Evidenz für diese Theorie scheint es jedoch nicht zu geben. Auch gibt es die Möglichkeit, dass die Easterlfrau eventuell eine Sexarbeiterin war und ihre Aufenthalte und Treffen mit Klienten in ihrem Code festgehalten hat. Vielleicht könnte dies erklären, weshalb die Männer, mit denen sie gesehen wurde, sich nie gemeldet haben. Die verschiedenen Namen und das Modifizieren ihres Aussehens könnten Maßnahmen gewesen sein, um ihre wahre Identität zu verstecken. Aber auch für diese Theorie findet sich kein handfester Beweis. Bei all den Spekulationen, verwirrenden Indizien und Zeugenaussagen wird eine Möglichkeit oft außer Acht gelassen. Es besteht auch die Möglichkeit, dass die Easterlfrau erhebliche mentale Probleme hatte, die Grund für ihr merkwürdiges Verhalten gewesen sein könnten. Während all ihrer Reisen scheint die Frau sich geradezu paranoid verhalten zu haben. Oder sie war tatsächlich auf der Flucht vor etwas oder jemandem und hatte keine Irrationalen, sondern eine reale und begründete Angst vor einer oder mehreren Personen. Ein charakteristisches Detail sind die Zähne der Easterlfrau. Sie werden forensisch untersucht. Wobei Gutachter herausfinden, dass Zehen ihrer Zähne mit Gold überkronen sind. Dies sei zur gegebenen Zeit in bestimmten Teilen von Süd- und Mitteleuropa üblich. Aber auch im Nahen Osten. Die Autopsie ergibt, dass die Frau keine körperlichen Erkrankungen hatte und sie in der Vergangenheit keine Kinder hatte und nie schwanger war. Bis auf die Verbrennung ist sie beinahe unverletzt. Es wird lediglich ein unerklärliches Hämatom an ihrem Hals gefunden. In ihren Lungen finden sich Rauchpartikel. Sie muss also noch gelebt haben, als sie Feuer fingen. Bei der Obduktion wird außerdem herausgefunden, dass die Frau in den Stunden vor ihrem Tod mehrmals ungewöhnlich große Mengen des Beruhigungsmittels Phenemal geschluckt haben muss. Insgesamt müssten es etwa 50 bis 70 Tabletten gewesen sein. Ein Großteil der Medikamente ist zum Zeitpunkt ihres Todes noch nicht verarbeitet gewesen. Teilweise befanden sie sich noch in ihrem Mund und scheiden deshalb als Todesursache aus. Doch eine Selbstmordabsicht wird so immer wahrscheinlicher. Jedem sollte klar sein, dass große Mengen von Beruhigungsmedikamenten tödlich sein können. Entweder die E-Style-Frau hat sie bewusst eingenommen, um ihrem Leben ein Ende zu setzen, oder jemand hat sie dazu gezwungen. Für Letzteres könnte die außergewöhnlich große Menge sprechen. Ebenso wie die Tatsache, dass die Tabletten noch nicht vollständig verdaut waren. Sie muss durch die hohe Dosis aber schon zumindest sehr geschwächt gewesen sein. Dass sie sich selbst in diesem Zustand und mit den Tabletten im Mund auch noch in Brand gesetzt haben soll, scheint sehr weit hergeholt. Ein Unfall oder ein Mord können so trotz der Phenemalspuren nicht ausgeschlossen werden. Die offizielle Todesursache der Unbekannten aus dem E-Style ist eine Mischung aus der Phenemaleinnahme und einer Kohlenmonoxidvergiftung durch das Feuer. Die Verletzungen durch den Brand könnten ihren Tod dazu noch begünstigt haben. Der Bergener Polizeidirektor deklariert dennoch Suizid als Grund des Todes der jungen Frau. Er ist der Meinung, die Frau habe unter Verfolgungswahn gelitten und sich daraufhin das Leben genommen. Am 5. Februar 1971 wird die E-Style-Frau anonym beerdigt. Zur Beerdigung erscheinen einige Polizeibeamte, die der unbekannten Toten die letzte Ehre erweisen wollen. Doch selbst mit der Erklärung der Todesursache und der Annahme, sie könnte Suizid begangen haben, ist eine der drängendsten Fragen nach wie vor unbeantwortet. Bis heute konnte nicht geklärt werden, wer die E-Style-Frau war, woher sie kam, was sie in Norwegen machte und weshalb sie ausgerechnet in einem einsamen Tal nahe Bergen starb. Es haben sich auch mehr als 50 Jahre nach dem Auffinden der Leiche nie Verwandte gemeldet und keine vermissten Kartei zeigt ein Gesicht, das zu der E-Style-Frau passen könnte. Die Tabletten, von denen die E-Style-Frau 50 bis 70 Stück geschluckt hatte, wurden als das norwegische Arzneimittel Phänemal identifiziert. In vielen Quellen werden sie als Schlaf- oder Beruhigungstabletten beschrieben. Das trifft auch zu, unter anderem können sie gegen Angstzustände, Schlafprobleme oder Wirkungen eines Drogenentzugs eingesetzt werden. Tatsächlich wird das Medikament wohl aber vor allem zur Behandlung von Epilepsie-Patienten genutzt. Deswegen ist eigentlich davon auszugehen, dass ein solch starkes Medikament auch in Norwegen 1970 schon verschreibungspflichtig war. Jemand muss es also entweder der E-Style-Frau oder jemanden, mit dem sie Kontakt hatte, verschrieben haben. Dazu kommt, dass wir wissen, dass die E-Style-Frau bei ihrem Hotelaufenthalt in Bergen immer dann, wenn sie in ihrem Zimmer war, den großen Sessel auf den Hotelflur geschoben hat. Hatte die E-Style-Frau eventuell selbst Epilepsie und wollte die Gefahr bei Anfällen minimieren? Da sich die Technologie stetig weiterentwickelt, wurden die Zähne der E-Style-Frau in den letzten Jahren erneut untersucht. Ebenso wie DNA-Proben, die die Ermittler in den 70er Jahren genommen hatten, in der Hoffnung, neue Technologien könnten irgendwann etwas Licht ins Dunkle bringen. Und tatsächlich konnten einige interessante Erkenntnisse gewonnen werden. Durch DNA-Untersuchungen und isotopische Analysen gelingt es Wissenschaftlern heutzutage einzugrenzen, in welchen Zeitraum eine Person ungefähr wo gelebt hat. Denn alles, was ein Mensch zu sich nimmt, hinterlässt Spuren in seinem Körper. So auch etwa Lebensmittel oder Trinkwasser. Dadurch, dass sich Lebensmittel, Getränke und eben auch Wasser regional stark unterscheiden, kann man anhand der Analysen in einem komplexen Verfahren in etwa eingrenzen, in welchem Alter und an welchem Ort eine Person ungefähr längerfristig verweilt haben muss. Und laut den Untersuchungsergebnissen war die Frau höchstwahrscheinlich Europäerin. Auch soll sie eher älter gewesen sein als damals gedacht. Eher Ende 30. Zudem lässt sich der Ort, an dem die Tote ihre Kindheit verbracht haben muss, relativ genau eingrenzen. Die Easter-Frau stammt den Ergebnissen der Untersuchungen nach aus Nürnberg. Die isotopische Analyse liegt nahe, dass sie im Verlauf ihrer Jugend dann in das deutsch-französische oder belgisch-luxemburgische Grenzgebiet gezogen sein muss. Daraufhin wird auch die Handschrift der Easter-Frau noch einmal mit neuster Technologie untersucht. Auch diese Analyse legt nahe, dass sie in Frankreich oder im Nachbarland, möglicherweise also auch in Deutschland, schreiben gelernt hat. Außerdem wird aufgrund ihrer Goldkronen in zehn ihrer Zähne nochmals bekräftigt, dass sie einen Zahnarzt in Zentral- oder Südeuropa oder im Nahen Osten besucht haben muss. Denn in anderen Gebieten wurden solche Praktiken bei Zahnärzten vor 1970 nicht durchgeführt. Gentechnische Untersuchungen der DNA-Proben zeigen zudem, dass die Easter-Frau mütterlicherseits wohl aus Südosteuropa oder Südwestasien stammt. 2019 berichtet eine französische Zeitung, ein Mann aus Vorbach, einem kleinen Ort kurz hinter der französisch-deutschen Grenze, habe sich gemeldet und behauptet, im Sommer 1970 eine Beziehung zu der unbekannten Frau gehabt zu haben. Sie habe mehrere Sprachen gesprochen und dabei einen südosteuropäischen Akzent gehabt. Sie habe vorgegeben, 26 Jahre alt zu sein, habe aber kaum persönliche Details von sich preisgegeben und oft zu bestimmten Uhrzeiten Anrufe erhalten. In ihren persönlichen Gegenständen habe der Mann auch Perücken und bunte Kleidung gefunden. Um seine Aussagen authentifizieren zu können, zeigt er den Polizisten ein vermeintliches Bild von ihr, das er aufbewahrt hat. Das Bild zeigt sie sitzend auf einem Pferd. Dazu muss man aber sagen, dass es sehr schwierig ist, diese Angaben einzuordnen. Zwar ist das Foto in der besagten französischen Zeitung veröffentlicht worden, jedoch zeigt es die abgebildete Person nur von der Seite, sodass ein direkter Vergleich mit den Polizeizeichnungen kaum möglich ist. Über Einstimmung sieht man zwar in den längeren dunklen Haaren und völligen Wangen, bei ansonsten schlanker Statur, doch viel mehr gibt das Foto leider nicht preis. Anfang 2021 erhält die Journalistin Runa Sandvik, die sich mit dem Fall der Easterlfrau beschäftigte, eine anonyme Postkarte ohne Absender. Sie wurde laut Poststempel aus Manchester versendet. Nicht aus dem britischen Manchester, sondern aus der US-amerikanischen Stadt in New Hampshire. Auf der Postkarte steht lediglich, Auch die norwegische Journalistin Marit Higraf, die den bereits erwähnten BBC-Podcast gehostet hat, hat eine solche Postkarte erhalten. Tatsächlich liegt Maersburg nicht allzu weit von Nürnberg entfernt. Und in dieser Gegend soll die Easterlfrau laut der isotopischen Analyse ja einige Zeit ihres Lebens verbracht haben. Doch ein Beweis ist eine solch anonym abgeschickte Postkarte natürlich auf keinen Fall. Ich möchte gegen Ende des Videos gern noch einmal auf den Code zurückkommen. Die Easterlfrau hat sie ihn genutzt, um in verschlüsselter Weise Buch über ihre Reisestation zu führen. Ich habe euch berichtet, welche Stellen der Notizen dekodiert werden konnten. Allerdings geben Teile des Codes noch immer Rätsel auf. Sie notiert sich für März 1970, ein Aufenthalt jeweils in L&G. Für welche Städte das stehen könnte, ist nicht bekannt. Wir wissen, dass die Easterlfrau ein Nähset aus einem Genfer Hotel in ihrem Gepäck hatte. Das G könnte also für Genf stehen. Auch das H taucht in ihren Unterlagen auf. Das steht höchstwahrscheinlich für Hamburg. Denn von dort aus gibt es Fährverbindungen nach Norwegen. Unter anderem auch nach Stavange. Außerdem wurden die hier eingeblendeten Reiseetappen nicht entziffert. Die Lücke zwischen dem 22. Juni und dem 3. Juli wurde als ein Aufenthalt in Paris identifiziert. Zwischen dem 18. Juli und Oktober 1970 gibt es gar keine Aufzeichnung. Die Buchstaben könnten für alle möglichen Großstädte in Europa stehen. Allerdings wissen wir, dass die Frau in ihrem Koffer eine Tüte eines Römergeschäfts hatte. Eventuell könnte das R also für Rom stehen. Das ist aber reine Spekulation. Jedenfalls kehrte sie oft dorthin zurück. Es könnte sich also um ihre Basis oder sogar ihre Heimat handeln. Außerdem gibt es noch einen letzten Eintrag, der wohl das größte Rätsel des Codes darstellt. ML23NMM. Wofür ML und MM stehen, hat bis heute niemand herausfinden können. Ein Indiz ist jedoch, dass 23N höchstwahrscheinlich für den 23. November 1970 steht. Und das ist der letzte Tag, an dem die Easterfrau lebendig gesehen wurde. Der Tag, an dem der Taxifahrer sie an ihrem Hotel abholte und zum Bahnhof fuhr, wo sie ihre Koffer abgegeben hat. Solltet ihr irgendeine Idee zu dem Code oder den Codes haben, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich habe selbst auch mal ein bisschen versucht, den zu entschlüsseln. Aber natürlich haben das schon viel klügere Menschen als ich die letzten 30 bis 50 Jahre versucht. Und auch keiner von ihnen ist auf eine Lösung gekommen. Aber natürlich bin ich sehr gespannt, mit was für Ideen ihr kommt. Aufmerksamen Zuschauern und True Crime Fans sind während des Videos vielleicht ein paar Details bekannt vorgekommen. Oder ihr habt euch an andere Fälle erinnert gefühlt. Damit seid ihr nicht allein. Vielleicht kennt ihr schon die Videos zum Summerton Mann und zu Jennifer Fergate, die ich hier auf Insolito veröffentlicht habe. Wenn nicht, dann könnt ihr jetzt rechts oben auf das Pop-Up klicken. Denn auch bei diesen Fällen geht es um unbekannte Tote, die scheinbar aus dem Nichts auftauchen und zuvor jegliche Spuren um sich herum vernichtet haben. Insbesondere bei Jennifer Fergate sind durchaus ein paar Parallelen gegeben. Zwar verstarb sie über 20 Jahre nach der Easterfrau in ihrem Hotelzimmer. Doch auch sie wurde in Norwegen, genauer gesagt in Oslo tot aufgefunden und hatte sich zuvor als Belgierin ausgegeben. Obwohl ihre Zahnprofile nahegelegt hatten, dass sie auch aus Deutschland kommt. Wie auch bei der Easterfrau oder beim Summerton Mann, waren aus ihrer Kleidung sämtliche Etiketten entfernt. Und sie hatte sich mit dem Namen Jennifer Fergate zweifelsohne eine falsche Identität zugelegt. Ihr Tod wurde von der Polizei ebenfalls als Suizid eingeordnet. Und das, obwohl es viele Zweifler an dieser These gibt. Wenn ihr euch näher für die Fälle interessiert, dann wie gesagt, schaut euch einfach die Videos dazu an. Die sind hier auf dem Kanal zu finden oder ihr klickt einfach oben rechts auf das Pop-Up. Und damit sind wir am Ende des heutigen Videos angekommen. Der heutige Fall war wieder etwas mehr auf der Mystery-Seite. Lasst mich in den Kommentaren gerne wissen, wie es euch gefallen hat. Außerdem bin ich natürlich sehr neugierig auf eure Theorien zur Identität der Easterfrau. Was glaubt ihr, war sie wirklich eine Spionin und wollte sie ihrem Leben wirklich selbst ein Ende setzen oder wurde sie vielleicht doch ermordet? Der Fall ist zwar schon bereits mehr als 50 Jahre alt, dennoch zeigen die Erkenntnisse der letzten Jahre, dass doch noch Hinweise und neue Details ans Licht kommen können. Und wer weiß, vielleicht kann ich euch irgendwann einmal ein Update-Video zu dem Fall der Easterfrau machen. Bis dahin freue ich mich über einen Kommentar, Like und oder Abo. Mit nur wenig Aufwand unterstützt ihr den Kanal ungemein. Denn so wird der Algorithmus angeregt und das Video kann Leuten vorgeschlagen werden, die den Kanal noch nicht abonniert haben. Vielen Dank schon einmal im Voraus und auch vielen Dank fürs Zugucken. Bis zum nächsten Video. Ciao. Ciao.